So eine Trasse kannst du in Flip Flops gehen. Das ist so geleckt hier. Da brauchst du keine Marken, Wandersachen, um einfach mal los zu marschieren. Lauf mit dem was du hast und du lernst für die nächsten Wege. Jetzt geht's los. Mal schauen wie viele Wildschweine ich heute hier begegne. Was ich so geil finde am frühen Aufstehen und Wandern gehen. Das sind so diese Waldgeräusche beim Beginn des Tages, wo auch die Waldtiere erwecken. Seht ihr ein Ende des Weges? Also ich nicht. Sonne, liebe Sonne, jetzt komm doch endlich mein Haus. So lange habe ich die Schnauze voll. Es regnet, weil wir das Wasser brauchen. Das ist eine gute Einstellung. Damit schaffe ich alles. Es regnet, weil wir Wasser brauchen. Die Menschen, die Erde, die Pflanzen, die Tiere. Und bei diesem Mindset wandern wir jetzt. Keine Ahnung wie viele Kilometer noch. Guten Tag. So eine Trasse kannst du in Flip Flops gehen. Das ist so geleckt hier. Da brauchst du keine Marken, Wandersachen, um einfach mal loszumarschieren. Lauf mit dem was du hast und du lernst für die nächsten Wege. Lauf mit dem was du hast. Das ist so lecker. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.